Plug and Play nennt man das. Man steckt es rein und es funktioniert. Oder manchmal auch nicht. Naja, so ist es mit Computern, nicht? In 20 Jahren, die Computern, die ganze Menge von Intelligenz, die wir mit dieser Technologie verbinden. Die meisten meiner Kollegen, die Mensch ist berechenbar und wir können einen künstlichen Mensch herstellen. Das hat auch mit Größenwahn zu tun. Ein Roboter von Menschen ist sehr便宜isch. Ich bin in der Zeit, wenn ich in der Zeit bin. Ich bin in der Zeit, und ich bin mit Kindern. Du bist ein bisschen negativ. Nein, nein, nein. Ich bin ein bisschen negativ. Ich bin sehr negativ. Ja. Ich bin ein bisschen negativ. Die Geist, die Menschen, die Menschen in der Kirche zu haben, in der Kirche zu haben, ist das wirklich Allmighty. Das ist kommunikativ. Es kann sein, hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, dass ich gesagt hätte, ach, in dieser Branche möchte ich gar nicht sein. Wir haben eine Sofa, die in unseren Körper läuft. Das ist Tausend Jahre alt und es ist auszettet. Es ist obsolet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017